Hey Leute, willkommen zu einem einzigartigen Video. Heute gibt es mal eine Runde Minecraft Survivor Games, denn Minecraft Trails funktionierte nicht und deswegen spiele ich jetzt das. Ihr merkt schon, meine Qualität von Video ist umso einiges besser, denn ich lade jetzt meine Videos in 60 FPS hoch und das dauert sehr sehr lange. Früher haben meine Videos, sag ich mal, so mit 30 FPS glaube ich, habe ich immer hochgeladen. Hat es immer so um die Stunde gedauert und jetzt dauert das bei mir 6 Stunden mit 60 FPS und hoher Qualität und da würde ich mich auf jeden Fall bei den Support freuen. Ihr seht jetzt oben rechts mal kurz so eine kleine Abstimmung, das würde mich mega freuen, wenn ihr da alle mitmacht, ob ich Happy Wheels bringen soll, einmal in der Woche. Es wird kein anderes Video dadurch ausgetauscht, bedeutet so drei Videos in der Woche, also einmal Minecraft am Mittwoch, dann Happy Wheels vielleicht so am Donnerstag oder Freitag, überlege ich mir noch. Und am Sonntag auch eine Folge Minecraft PvP. Und da haben wir schon unseren ersten Gegner. Ich reg dich jetzt weg, Alter! Oh Scheiße, da kommt noch einer. Der eine Typ, der wieder so komischen Terrierin, ich glaube, das sind beide Team, oder? Nein, die sind kein Team. Werden mal erlebt, unser Team hat noch... Ah, das ist sogar unser Teamkollege! Ich helfe einfach nicht mal meinen Teamkollege! Vielen Dank! Ihr musst nicht auf mich schießen! Naja, und wenn jetzt genug Leute eben abstimmen dafür, dass ich eben Happy Wheels bringe, dann werde ich eben auch Happy Wheels bringen. Denn Minecraft macht es mir zwar mega Spaß, eben so zu bringen, weil das auch mal eine ganz andere Sache von Minecraft ist, die ich hier mal bringe. Aber Happy Wheels spreche ich natürlich noch ein paar andere Leute an, die gerne Happy Wheels schauen. Und ich finde Happy Wheels ist halt mega cool, macht Spaß. Kommt jedoch darauf an, was eben da für Level angeboten werden. Und haben wir eigentlich einen Kompass? Ja, haben wir. Bisschen nice. Los, der Kompass. Funktioniert nicht. Alles klar, wieso funktioniert er nicht? Komisch. Er dreht sich nicht. Das ist nice. Ja, wieso ich jetzt... Weil wir das die ganze Zeit ansprechen. Wieso ich die ganze Zeit... Ähm... Oder wieso ich jetzt eine gute Videoqualität liefern kann und früher nicht, liegt daran, weil ich mir ein neues Aufnahmeprogramm geholt habe. Und auch ein neues Schneiderprogramm, womit ich mega zufrieden bin. Und jetzt stirbst du, tut mir leid. Habe ich den Kill? Nein, er hat den Kill. Das sind goldene Äpfel. Komm, das ist die Klauen. Ja, wir haben goldenen Äpfel. Nice, okay. Äh, ich glaube die... Nee, ist nicht stärker, oder? Nee, ist nicht stärker. Nice. Okay, ganz gut gesetzt. Und ich bin auch noch reingelaufen. Digga, ich recke dich weg jetzt. Papau. Ah, wir haben noch sogar den Kill bekommen. Nice. Okay, GG. Dann sehen wir jetzt uns in der nächsten Runde. So, Leute. Da sind wir in der nächsten Runde dran. Und diesmal ist es zwar Team, aber ich habe gerade kein Team. Sind wohl nicht genug Leute drin gewesen. Dann spielen wir eben gegen alle anderen. Dann hoffen wir mal, dass ein Team richtig auseinandergenommen wird. Und dass ich gegen einen Einzelnen dann später spiele. Aber es sieht sehr, sehr schlecht für uns aus, dass wir ein Schwert bekommen. Oh, nice. Wir haben richtig geile Sachen jetzt hier. Na, da kannst du nichts, Mann. Jetzt haben wir bessere Sachen. Renn nicht weg. Ich bin in dir drin, in der Leiter. Ja, geil. Okay, nice, den haben wir auch. Alter, wir können gleich ein Diamantschwert machen. Haben wir irgendwo hier Sticks? Nein. Ist ja klar. Wo ist denn? Ach, da unten ist einer. Hallo. Ich komme zu dir. So, dann müssen wir erst mal vollrecken. Nein, wie blöd war das von mir? Nein. Och, Mann. Na gut, Leute. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da für die 60 FPS. Und wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann stimmt jetzt nochmal ab. Es würde mich mega freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, Leute.